hallo leute und willkommen hier bei mir aber kett und bei einem neuen klemmbaustein video heute mal wieder was aus dem hause xing bao und zwar aus der dream car serie aber ihr seht schon das ist kein auto das ist eine vespa ein vespa roller auf der rückseite sehen wir leider keine großartigen informationen auch hier nicht auch hier nicht außer die teile anzahl 732 teile und noch mal ein foto von dem kleinen vespa roller den gibt es übrigens habe ich gesehen nicht nur in weiß sondern mittlerweile auch in rot aber ich habe hier die weiße variante und ich würde sagen da wir nicht viel sehen auf der packung ja packe ich ihn mal aus ein wort noch zur packung selbst das ist schön gemacht hier denn den roller den kann man hier tasten der ist so ein bisschen erhaben hier rein gedruckt und das sieht auf jeden fall schön aus da geben sie sich sehr viel mühe auf der vorderseite aber für die rückseite da langt es dann wohl irgendwie nicht mehr egal also wir können sehr einfach den karton hier öffnen einfach nur hochheben und dann sehen wir ja das ist echt eine schicke aufmachung meine güte dann sehen wir hier oben mal das kleine anleitungs heftchen mit unterschrift der designer das hier ist nämlich auch wieder so ein mock glaube ich das sind dieselben beiden spanischen designer amado und ramon von denen ich ja schon so viele schöne sachen mittlerweile gebaut habe oder naja sagen wir zwei einmal den großen alien xenomorphen und den kleinen chestburster auch das alien und da bin ich mal gespannt ob die nicht nur aliens können sondern auch hier fahrzeuge und ja sehr schön schauen wir uns gleich noch mal im detail an was haben wir denn da noch dass er doch das wird nur karton sein der muss irgendwie hier raus und darunter finden wir ja unsere ganzen tütchen und mal kurz drauf schauen ob ich hier irgendwas wie eine bauschritt nummerierung drauf sehe aber ich vermute mal dass wir dort keine haben werden nein aber zählen wir doch mal kurz die tüten durch tja da liegt der ganze spaß insgesamt haben wir hier 21 tütchen und ja jetzt wo das erledigt ist werfen wir noch einen kurzen blick mal hier in die anleitung ihr seht vom format her sehr klein gehalten hier haben wir die unterschrift der beiden designer übrigens xb 03002 ist hier die set nummer und dann haben wir hier auch noch mal ein foto der beiden designer und ja da steht auch schon der xenomorph den sie auch designt haben sehr schön und noch ein paar daten zu den beiden spaniern und dann hier die eigentliche anleitung druckqualität sieht ganz okay aus allerdings ja habt ihr schon mal schöner gesehen vor allem was mich hier gerade etwas verwundert das ist alles schon sehr sehr schwarz weiß mäßig hier gehalten ja na gut hier ist auch nicht viel farbe an dem set dran muss ich sagen hier die rückleuchten die sind nachher schon rot und die seiten blinker ja das sieht alles okay aus das sieht alles okay aus da wird sich schon gut nach bauen lassen schauen wir mal kurz noch wie viele seiten wir hier insgesamt dran haben und das sind ja da unten sieht man 81 seiten und auf seite 82 was kann man denn da noch machen modell a modell b haben wir da noch unterschiede die wir bauen können ok lasst mal schauen einmal hier vorne da habe ich einen unterschied zu da und sehe ich da sonst noch was ich glaube nicht naja das finden wir im bau raus aber jetzt heißt es erst einmal hier sortieren denn ja keine bau schritt nummerierung und da fange ich schon an zu sortieren und muss mich noch mal korrigieren es gibt hier doch bau schritte mein gott ich habe die voll übersehen hier habe ich bau schritt nummer drei eine tüte von und jemand muss schon sehr genau hinschauen hier bau schritt nummer eins und auch in der anleitung ja da kann man das nämlich sehen hier haben wir bau schritt zwei abschnitt 9 hier ist bau abschnitt 1 teil 29 also da haben wir durchaus bau abschnitte und zwar vier stück das ist sehr schön dann muss man nicht so viel sortieren trotzdem weitermachen machen wir mal eine kleine pause schauen uns an wie weit ich hier gekommen bin ich bin immer noch hier in bau abschnitt nummer eins zugange habe auch noch ein paar teile da rumliegen aber ich wollte euch trotzdem schon mal zeigen was ich hier gebaut habe und vor allem ja wie das bauen hiermit ist die steine qualität die ist xingbau typisch gut also mit denen lässt sich gut bauen die kleiden schön ineinander sie klicken nicht beim zusammensetzen sondern die kleiden also ineinander man muss ein bisschen fester drücken aber dann halten die eigentlich ziemlich gut wir haben auch ganz typisch wieder hier so ein paar verfärbungen und ich sag mal so ein paar schmutz rückstände hier kann man das sehen von den maschinen gerade hier bei den weißen teilen von xingbau da sieht man das immer recht deutlich das ist irgendwie so ein dauerthema bei denen aber wie gesagt steine qualität die ist völlig in ordnung bisher ja was ein bisschen schwierig ist das liegt allerdings hier weniger an xingbau als vielmehr hier an den beiden entwicklern oder designern dieses modells das ist schon stellenweise ein bisschen schwierig hier zusammenzubauen ihr seht schon wie wir das hier gemacht haben wir haben hier diese bögen elemente drin vier stück an der zahl genauso wie hier unten diese kleinen bogen elemente dasselbe nochmal hier auf der nächsten seite oder auf der anderen seite hin hier kommt wahrscheinlich ein rad rein das hier schätze ich mal dass hier ist die rückbank oder die sitzbank mit den abstellflächen hier für die füße und klar das kann so gebaut werden es kann auch anders gebaut werden übrigens ich habe das hier mit diesen bögen jetzt gebaut aber ich war hier ganz verwundert ich wollte sollte da plötzlich hier die teile einbauen da wo die hingekommen sind aber da war gar kein platz mehr bis ich dann gedacht habe oder gemerkt habe klar das ist ja hier das b modell dass ich euch in der anleitung schon gezeigt habe und zwar hier immer auf den seiten die so ein bisschen gelblich sind hat man an die wahl entweder hier variante a zu bauen das ist das mit den kleinen bögen dass ihr hinkam also hier unten der bereich oder dann die variante b zu bauen die ein bisschen ja eckiger ist also das hier ist wohl die modernere variante der vespa und das hier ist dann die ältere variante der vespa das fand ich auf jeden fall interessant kann man auch hier am ende schön sehen hier ist das a modell mit den bögen hier unten und da haben wir das b modell da ist ein bisschen eckiger geworden ich bin mal gespannt an wie vielen stellen das mit dem a und b hier noch zum tragen kommt außer jetzt bei dem vorderen kotflügel da sieht man das so schon direkt ob es da noch größere unterschiede gibt so aber was ich ja sagen wollte aufgrund dieser bauart mit den bögen und wenn man da anfängt hier oben aufzubauen immer weiter aber man muss ja doch schon die steine relativ gut ineinander drücken ja da rutscht hier was weg dann rutscht da was weg dann muss man da wieder nachdrücken einmal ist mir hier der ganze obere bereich hier auseinander geflogen mit anderen teilen und hermann muss da schon ein bisschen aufpassen also so bombenfest ist das nicht das ist schon so ein bisschen fragil wenn man das alles hier so zusammenbaut aber naja ich hoffe nach und nach bekommt das dann noch mehr stabilität mit rein es ist jetzt nicht katastrophal aber wenn man hier drückt und da drückt und dann muss man schauen verzieht sich hier was runter da geht ein teil wieder lose man muss einfach schon ziemlich oft hier noch mal was nach drücken wieder was andrücken und dann auf jeden fall schauen dass an der anderen stelle dann gleichzeitig nichts lose geht ja das wollte ich noch sagen dazu aber insgesamt macht es mir soweit spaß lässt sich ganz gut bauen mit den kleinen schwierigkeiten die ich eben genannt habe von daher mache ich jetzt mal hier noch weiter und beende bauabschnitt nummer 1 und dann schauen wir wie weit wir gekommen sind ich war wo war ich denn wo war ich denn genau hier bei bauschritt 22 von abschnitt 1 und das ist die seite 11 in der anleitung so weiter geht's und bauabschnitt nummer 1 ist beendet und was soll ich sagen mist mist also schaut mal her das sind die teile die ich hier noch übrig habe und mir fehlen teile das ist richtig blöd deswegen mist ihr seht hier hinten da klafft schon noch eine ganz schöne lücke die müsste eigentlich geschlossen sein und das hier auf beiden seiten ja und die kann ich nicht schließen weil mir dort die teile fehlen man 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 ich zeige euch mal kurz wie das hier eigentlich aussehen sollte müssen wir etwas zurückblättern genau an diese stelle hier da wird hier dieses hintere teil gebaut und was mir jetzt fehlt ist hier so ein einmal einer stein und so ein einmal einer mit noppe zur seite weg ja genau die würden nämlich hier rein kommen einmal hier und einmal hier und dann würde die ganze geschichte da auch anders aussehen aber ja ihr seht doch da sind keine mehr über ich habe auch hier die anderen tüten durchgeschaut ob ich nicht doch nur einer tüte übersehen habe aber dass das war es die fehlen wohl vielleicht tauchen sie noch irgendwo auf aber wir halten zwar fest fehlteile bei bauabschnitt nummer eins aber egal schauen wir dennoch mal drüber wie weit wir gekommen sind man kann jetzt hier schon die form sehr schön sehen dass hier ist das hinterteil und dort haben wir auch verchromte teile verbaut ich denke mal das sollen keine ahnung sondern solche nummernschilder werden obwohl die man schilder hier sind ja gar keine aufkleberchen dabei keine ahnung oder ob das einfach früher war ja öfters mal was verkromt vielleicht ist das einfach nur ein verkromtes endstück auf jeden fall ihr seht verkromte teile sind generell schön aber die verkrumpen teile hier sind mega verkratzt also die sehen so aus als hätten die schon zehn jahre in der lego krabbel kiste hinter sich wenn man die richtig ins licht hält dann kann man das sehr sehr deutlich sehen dennoch finde ich schön dass hier verkromte teile mit angebaut wurden wir sehen das rücklicht das hier ziemlich fett gebaut wurde mit ja insgesamt 1 2 3 4 rot transparenten teilchen dann haben wir hinten noch so ein kleines nüppelchen an der sitzbank die sich dann hier oben befindet auch da haben wir eine kleine verkromte stelle ein kleines teilchen das ist so eine runde 1x1er und ja sieht auch nett aus hier noch mal mit diesen geriffelten 1x2er steinen die dann hier auch noch mal den oberen bei den unteren bereich hier der sitzbank zeigen das gefällt mir optisch gut auf der anderen seite genau das gleiche und für die stabilität haben wir hier sogar einen liftarm verbaut der wurde einmal hier oben und einmal hier unten mit einem schwarzen pin da reingeklickt und verleiht dann dem ganzen wubbeligen was ich ja vorhin schon mal gesagt habe wenn ich da gedrückt habe ist alles auseinander geflogen ein bisschen mehr stabilität und dann haben wir hier noch so drei graue pin auf noppe verbinder reingesteckt dass wir hier später noch eine verkleidung wahrscheinlich anbauen können damit schick aussieht ja hier unten wie gesagt die fußbretter und so sieht es dann von vorne und noch einmal hier von unten aus also von der stabilität her hat sich hier jetzt doch einiges getan auch jetzt wo die sitzbank hier drüber gekommen ist ja da kann man nicht meckern ist soweit alles ganz gut schade eben dass ich hier diese fehlteile habe aber wir geben die hoffnung ja nicht auf vielleicht vielleicht tauchen sie ja doch noch auf und das werden wir herausfinden wenn wir jetzt weitermachen mit bauabschnitt nummero zwei und im zweiten bauen wir ihr seht hier diesen vorderen bereich zusammen tja wenn man mit einem bauabschnitt fertig ist und so große und viele teile übrig hat ja dann kann man sich durchaus schon mal am köpf kratzen aber hilft ja nichts bauabschnitt zwei ist fertig keine fehlteile in dem abschnitt sehr schön und da steht unser ja zwischenergebnis und man erkennt jetzt schon das wird eine vespa ganz eindeutig wir fangen mal an was wir hier noch dazu gebaut haben leider die teile die hier fehlen sind nicht mehr aufgetaucht wir haben aber hier oben an der sitzbank weiter gebaut sie hat jetzt hier ihren abschluss bekommen auch hier oben drauf wurde sie verfließt und hat hier vorne noch einen abschluss hinbekommen das sieht sieht ganz nett aus und wenn wir etwas weiter nach vorne gehen haben wir jetzt hier das finde ich richtig schön das handschuh fach gebaut hier man kann es sogar aufmachen ganz hervorragend ja viel platz ist nicht drin aber für ein handy um ihren pannendienst zu rufen ist ja eine italiener ja da ist das schon ganz gut und so kann man es immer wieder auf und zu machen schönes handschuh fach natürlich auch hier der vordere bereich den haben wir jetzt hier gebaut auch wieder mit solchen bögen auf der und auf der seite auch wir haben bedruckte teile verbaut und zwar hier dieses seiten teil das wieder ein bisschen lose ist sehe ich gerade da haben wir also einen aufdruck drauf und das gleiche auch hier auf der anderen seite natürlich und die qualität die ist ja ich gehe mal ein bisschen näher ran mit euch diese ordnung ja also kann man nichts sagen aufdrucke sind ja immer eine feine feine sache dann haben wir hier noch die blinker auch schön rechts einmal links natürlich und die vorderseite und ja die sieht so aus sehr schön also hier ein größeres ich weiß gar nicht mehr wie die teile hier heißen werden oft denn in autos oder so verbaut auch ja und passt einfach auch hier wieder ein bedrucktes teil die nummer 6 sehr schön kann man nicht meckern sieht gut aus und hier oben als abschluss haben wir einen kleinen entenbürzel hingebaut das soll wahrscheinlich so was wie eine kleine windschutzscheibe sein ja ist doch ein schönes teil geworden und es ist soweit auch robust und hier unten drunter ach ja das ist noch ganz interessant dieses gerät hier das wird hier drauf gesteckt und haftet nur an moment ich muss es mal irgendwie hinstellen haftet nur an vier noppen die hier mit einer baumkehr einmal hier und einmal hier in die andere richtung gebracht wurden und alles andere was hier drunter ist das hält nicht das wird quasi nur hier und hier gerade gehalten und das hier dran zu machen das ist eine fummeleide also ist mir mehr als einmal abgeflogen bis es dann endlich gepasst hat was hier dran kommt ja ich vermute mal da kommt später der ständer noch mit dran aber ansonsten lässt es sich immer noch ganz gut bauen schade sind die fehlteile wie gesagt aber ja es bekommt eine stattliche größe oder schaut mal her das bekommt echt eine stattliche größe ein schöner kleiner recht großer vespa roller wird das hier vorne das ist auch noch mal ganz interessant wie dieses teil hier angebaut wurde da wurde nämlich moment ich zeige es euch schnell mal hier da wurde auch ganz schön getrickst hier ist das teil wie man es baut ihr seht wir haben hier unten schon so ein gelenk verbaut und das ist hier und dann haben wir hier noch ein gelenk verbaut das ist dann ja gut blendet das ist dann noch mal hier so gelenk mit so einer zweimal zweier platte dann drauf die kommt dann noch mal schräg hier drunter und dann muss man die beide schräg einstellen um sie dann hier dran zu befestigen an den noppen damit man eben hier diesen schrägen winkel hinbekommt ja also haben sie mal wieder gut nachgedacht hier die beiden spanier schön hinbekommen so ich bin jetzt mal gespannt wir spicken mal eben flott was im nächsten bauabschnitt dazu kommt und da fällt uns mal direkt auf ja der arsch der wird breiter also hier ist also die hinteren backen werden jetzt hier gebaut wie heißen das die hinteren radverkleidungen die kommen jetzt hier noch mit dazu aber so viele teile übrig sehr merkwürdig wobei man könnte ja denken das könnte ja vom b modell sein denn auch hier gab es wieder einen abschnitt mit dem b modell na wo ist er denn genau hier 5a 5b das a ist wieder hier mit den da sieht man es mit den kleinen bögen da gebaut und das b modell wäre dann wieder hier die eckigere variante gewesen wobei sie hier einen fehler drin haben sie zeigen nämlich das 5b modell auch hier mit den bögen und das wäre dann doch schon hier auch mit den eckigen elementen gebaut da haben sie nicht richtig aufgepasst aber ist ja egal ihr seht schon wie das hier gemeint ist ansonsten ja das sind aber nicht all die teile drin also ein paar stück schon die da übrig bleiben sollen aber ich weiß es nicht ist es hier bei dem set gerade ein klein bisschen merkwürdig was hier über bleibt und was hier mal so fehlt aber wer weiß am ende löst sich vielleicht alles dann in wohlgefallen auf aber vor dem ende steht noch bauabschnitt nummer drei und damit geht es jetzt weiter der halbe vespa hintern ist jetzt fertig und ich habe in verlusten zu kämpfen ja hier ist was kaputt gegangen und zwar ist das hier mal schauen ob man es erkennen kann ja eine schaufel die kommt eigentlich hinten dran ja da wäre das teilchen noch dran gewesen und ja ist mir einmal abgerutscht beim reinstecken hier von dem stab und abgebrochen schade aber irgendwo habe ich glaube ich so ein ding noch in der ersatzteil kiste schauen wir uns mal das gebaute teilchen an so sieht es aus wir haben wieder ein großes bedrucktes teil city motoriole was auch immer das heißen soll gibt es das wirklich ich habe es noch nie gehört weiß es von euch jemand auf jeden fall ist das ein recht massives großes seitenteil ihr seht wir haben hier mit vielen vielen platten gebaut verschiedenste größe einmal zweier zweimal vierer zweimal sechs abgeschrägte gerundete platten und 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 also eine ganze menge recht massiv dann hier oben drüber die ganzen slopes und fliesen gesetzt auch da wieder ja was ist denn das hier der die hinteren blinker sind das und ganz hier unten ja das ist das könnte auch der ständer vielleicht später werden auf jeden fall hier unten da sieht man dann schon was vom motor und getriebe und so soll das dann denke ich darstellen ist auf jeden fall ein schönes teil und der richtige punkt um mal hier kurz pause zu machen denn jetzt wird natürlich hier noch in der anleitung ja die andere seite gebaut ganz klar das ist dann etwas weniger aufregend denn das wird sich wohl wiederholen dann kommt hier später noch das rad drauf und dran aber dazu kommen wir später noch ich wollte euch das teil hier nun mal zeigen mit dem schönen aufdruck ließ sich so ganz gut bauen aus vielen verschiedenen kleinen teilchen jetzt fällt es mir schon runter und ja das sind noch die teile die ich hier über habe und das hier das kann ja irgendwie nicht zum rad gehören ich bin mal gespannt wofür die genau gebraucht werden diese großen parabol spiegel teile hier liegt noch das zweite bedruckte teil auch da steht city motoriole drauf ja und sollen wir hier kommen acht wir probieren es einfach mal ich clip es jetzt hier mal dran ihr seht genau dafür haben wir hier diese ganzen kleinen noppen an der seite und wir schauen doch mal ob das hier jetzt schon passt und vor allem wie es aussieht und das ganze mache ich jetzt hier einhändig hoffentlich vielleicht ja ganz einhändig geschafft könnt ihr mir ruhig glauben oder auch nicht aber auf jeden fall so sieht es jetzt aus schick also ich muss sagen echt schick die heck ansicht ihr seht hat deutlich dazu gewonnen im vergleich hier zu der dünnen seite haben jetzt hier eine schöne rundung drin doch doch gefällt mir aber es gibt ja noch eine menge weiter zu entwickeln deswegen geht jetzt mit der zweiten probacke los hier hätten wir die verbliebenen teile von bauabschlitten nummer drei er ist vollbracht und ich habe mich hier ernsthaft ja am kopf kratzen müssen ich sage euch auch gleich wieso also die eine seite hier habe ich euch ja schon gezeigt jetzt haben wir hier noch mal fast genauso die zweite seite gebaut der einzigste unterschied der ist jetzt hier unten bei dem teil das ist jetzt hier so ein schwarzes und auf der anderen seite da ist das ja hier so grau also keine ahnung ob das hier getriebe ist oder dass hier das getriebe ist egal auf jeden fall ist alles dran sieht nett aus bedruckte fliese alles gut so sieht es von hinten aus netter popo den wir jetzt hier haben mit schönen rundungen hier rechts und links und man sieht er steht auch schon und zwar er steht hier auf seinem eigenen reifen und das war der punkt wo ich mich hier echt am kopf kratzen musste hatte ich den reifen aufziehen musste das geht nämlich folgendermaßen schaut euch mal hier an wir brauchen ja diese großen parabol spiegel einmal den kleineren zweimal den großen und den reifen und das zieht man dann einfach übereinander ziehen also das hier ist der große parabol spiegel das hier ist der reifen und keine ahnung ob man das moment ich pack mal aus denn ihr sollt ja richtig erkennen was ich meine also großer parabol spiegel und der reifen und das soll man jetzt hier übereinander ziehen ja ihr seht vielleicht schon wo das hier irgendwie ja hapert der spiegel hier der ist wesentlich breiter größer als unser reifen also da dachte ich mir meine güte wie sollen das funktionieren und erst mal funktioniert es überhaupt gar nicht aber ihr müsst das ding hier stretchen ihr müsst ihn ordentlich hier auseinander ziehen in alle richtungen ein bisschen über denen dass er ein bisschen ausgeleiert wird und dann kann man das schaffen dass man den reifen hier drüber bekommt also natürlich über die zusammengesteckten parabol spiegel und dann sieht der reifen so aus also man muss den richtig hier in form bringen gar nicht mal so einfach also da habe ich zuerst gedacht da stimmte was nicht aber ist alles so okay man muss es halt was nicht passt wird passend gemacht ja nach dem motto muss man dann dort rangehen und dann sieht er eigentlich ganz brauchbar nach roller reifen aus aber was er nicht macht bei mir ihr könnt es hier sehen naja oder zumindest nur sehr sehr schwergängig ist das rollen denn der schleift hier an verschiedenen stellen und ich keine ahnung ob ich da noch was dran beheben kann er hat hier hinten also da unten wo es weiß ist ja da kommt er dran ich weiß nicht ob ich da was verbaut habe oder ob das einfach so ist dass es nicht gut passt das ist so die die hauptstelle wo er hier noch am schleifen ist aktuell aber vielleicht schleift dass ich ja da noch runter also da hätte ich doch gern mehr freigang und mehr spiel so ich stelle ihn mal so schräge hin sieht jetzt auch schon ziemlich nach nach rolle immer mehr aus sehr schön insgesamt vom design her gefällt mir das echt gut er hat so ein paar sachen wo man denkt das funktioniert ein bisschen komische design entscheidungen aber es fügt sich doch so langsam so nicht rumfallen es fügt sich so langsam hier zusammen und deswegen mache ich jetzt auch weiter das hier war seite 60 bauabschnitt 3 ist somit fertig und wir kommen zum finalen abschnitt ihr seht da kommt jetzt hier das vorderrad dran und hier oben der lenker und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie fertig da unten habe ich die teile liegen die ich dafür alle noch brauche holen wir sie schnell mal hoch ja das ist gar nicht mehr so sehr viel also ein kleinerer abschnitt 4 den baue ich jetzt noch fertig vielleicht tauchen ja auch noch ein paar teile auf die ich hier vermisse ding 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 ja und dann schauen wir uns einfach mal das fertige ergebnis an so jetzt habe ich mir zweimal weh getan beim bauen also sprechen wir mal drüber oder ich zeige euch mal wie weit ich bin schaut mal hier das hier ist ja ihr seht schon der lenker also das vorderlicht hier dann haben wir die spiegelchen hier dran gebaut schön mit diesen mit diesen silbernen parabol spiegeln das gefällt mir echt gut und dann hier die lenker stange und während ich das ganze konstrukt hier gebaut habe dachte ich mir was wird denn das nur werden schaut euch mal an wie der lenker gebaut ist da haben wir ein megafon dann ein fernglas und hier so ein kleines hebelchen dann nochmal als bremse und dann hier eben ja so ein stab wo dann der spiegel dran ist genau das gleiche dann hier also echt kreativ gedacht und moment so bremse richtig eingestellt ja wenn die richtig eingestellt ist dann sieht das echt auch cool aus hier haben wir übrigens einen gummiring drum um den grauen parabol spiegel und dann hier einen transparenten drauf gesetzt als licht und hier unten ja haben wir eine technik achse da wird sonst später noch rein gesteckt ich bin mal gespannt ob der vielleicht sogar ja lenkbar sein wird also so viel dazu das war ein sehr schönes teil ein bisschen fummelig mit den ganzen kleinteilen aber hat gut gepasst dann habe ich hier das zweite rad schon aufgezogen ja jetzt wo ich weiß oder wusste wie es geht war das total easy dann habe ich hier dieses teil hier gebaut mit komischerweise einer schnur die muss man hier leider noch dran knoten und ja wofür die genau sein wird bin ich aktuell noch ein klein wenig überfragt aber naja das wird dann hier ja vorne für das vorderrad und hier wird dann ja klar hier kommt dann die lenkstange rein hier so wird das dann werden ganz klar ist mir gerade klar geworden und dann haben wir jetzt hier nochmal verchromte teile könnt ihr hier sehen hier ist ein technik pin drin das teil und das hier sind diese ja also die dinger hier in silber verchromt und das sind fünf stück drei stück ließen sich leicht reinschieben zwei stück gingen kaum rein da musste ich richtig drücken und habe mir hier ja quasi in den fingernagel dann reingedrückt als sie dann irgendwann doch mal durchgerutscht sind da ist also bei den technik elementen da merkt man es immer wieder die passform die ist ja nicht hundertprozentig manche sachen gehen total leicht rein und manche gehen kaum rein oder sehr sehr schwer nur und jetzt habe ich hier auch noch ein problemchen deswegen mache ich jetzt hier kurz mal den break wieder ein verchromtes teil wo hier die technik achse durch gesteckt werden muss so sieht es aus und ja geht nicht durch sie geht mal wieder nicht durch das ist ja sowas ist echt nervig also ich kann hier zwar einstecken wir probieren jetzt mal von der seite ging es nicht wir müssen es mal von der seite hier starten da geht es zumindest mal auch nicht richtig rein also ihr seht soweit kriege ich das ding jetzt hier rein aber es durchzustecken oh Gott jetzt geht es einigermaßen also ein millimeterchen habe ich schon geschafft das ist sehr sehr schwergängig ich glaube da ist irgendwie farbe noch mit reingekommen und deswegen geht das ganze hier so schwer so also kurzer Zwischenfazit oder Zwischenbreak Lenker Licht Kotflügel Reifen und ja was auch immer das hier werden soll und ja den Rest schauen wir uns an schaut mal hier ich habe schon einen Ständer gebaut und er steht auf dem Ständer wunderschön also vom Prinzip her ist das echt ein sehr schönes Modell aber egal zum Fazit kommen wir ja noch ich setze hier schnell noch alles zusammen tja man sehe und staune das ist hier alles übrig geblieben natürlich so viele Teile weil wir noch diese B Variante haben die wir bauen könnten ich habe ja die A Variante gebaut weil sie mir etwas besser gefällt aber ihr seht da kriegt man eine ganze Menge für die Ersatzteilkiste auch größere Steine sehr schöne Sache und das Positive ist ich habe auch die Steine noch gefunden die mir noch gefehlt haben hier hinten ja an meinem da zeige ich euch gleich auf jeden Fall das Ding ist fertig und seht her ich habe auch schon jemanden gefunden der wunderbar drauf passt ich dachte mir so eine Vespa ist doch was für eine Lady also Captain Phasma die passt hier wunderbar drauf und kann dann ja zum Beispiel hier im Sternzerstörer mal von A nach B fahren die Dinger sind ja doch schon relativ groß also ihr seht so eine ja so eine Buildable Figure die passt hier einigermaßen gut drauf und wir schauen jetzt mal rum aber das machen wir ganz ohne Passagier hier also einmal runter mit der Dame und wir schauen uns den kleinen Roller mal an wenn er so da steht sieht er ja echt schön aus also ich muss sagen von der Form her vom Design her gefällt er mir wirklich wirklich gut da haben die Designer gute Arbeit geleistet wenn auch gleich ja ihre Lösungen stellenweise oder die Baulösungen ja schon teilweise ja ein bisschen Frust behaftet sind also man hat so Stellen wo man denkt man jetzt halt doch endlich dann fällt doch wieder irgendwas ab naja auf jeden Fall ich habe hier hinten die fehlenden Teile ihr erinnert euch vielleicht doch vom Anfang die habe ich jetzt hier einbauen können die Steine die dort gefehlt haben denn in der reichlichen Auswahl hier hinten habe ich die passenden dann noch gefunden also haben wir hier die finale Heckansicht mit verchromtem Schutzblech dann hier dem großen Rücklicht den schönen Seitenteilen die echt schick geraten sind die gefallen mir also sehr gut einmal rechts einmal links schön auf gedruckt und dann hier unten jetzt weiß ich auch was das hier für ein Ding ist das ist der Kickstarter um den Motor anzuwerfen also das Ding wo eigentlich noch die Schaufel dran ist aber naja die Schaufel passt eigentlich gar nicht so zu einem Kickstarter von daher nicht weiter trage ich dass ich den ja sagen wir mal ungewollt entfernt habe dann ist das hier auch das Getriebe was man sieht und hier auf der anderen Seite dort versteckt sich dann auch ja ein anderer Teil vom Antrieb wir haben hier unten den Reifen den man ein Stückchen weit zieht hier kann man es ganz gut sehen drehen tut er sich immer noch nicht wirklich gut also ja fahren ist nicht so die Domäne aber wir haben hier einen sehr schönen Ständer gebaut und dafür na ich drehe ich das Teil mal auf den Rücken dann könnt ihr das nämlich besser sehen da ist der Ständer da haben wir sogar so silberne Metallstangen also Kunststoffstangen in Silber die wir da angebaut haben die wurden hier rechts und links in die kleinen Haken einfach reingesteckt also er ist nicht klappbar also das Ding hier ist schon zum Stehen gemacht halten wir das ganze mal so fest dann haben wir hier die schöne Platte für die Füße die da drauf kommen hier vorne natürlich noch unser kleines Handschuhfach das finde ich ganz knuffig das gefällt mir echt gut auch dann unser Lenker ja eine kleine Tacho Anzeige wäre noch hier schön gewesen so eine kleine bedruckte Fliese mit so einem kleinen Rundtacho wäre noch eine schöne Idee gewesen aber hier ja ihr seht schon der Lenker es lässt sich lenken und hier vorne geht es dann eben auch mit man kann zwar nicht fahren aber man kann lenken und der ist echt kreativ gebaut habe ich ja schon gesagt gefällt mir wirklich gut und dann drehen wir hier mal ein Stückchen weiter rum wir haben den schönen Seiten Blinker auch hier bedruckt und dort bedruckt wunderbar unser Lichtchen wenn es mal dunkel wird also naja viel hell macht es nicht aber immerhin und dann haben wir hier nochmal ja die Aufhängung vom Vorderrad das sind hier diese fünf Teile die so ultra schwer da drüber gegangen sind und die Schnur ich habe sie jetzt hier ein bisschen ja festgeknüpft leider das ist die Bremsleiste Bremsleitung würde ich mal sagen die Bremsleitung hier von der Vorderbremse die wird hiermit auch nochmal angedeutet also ja doch schon ein Blick für das Detail schön also so sieht er von vorne aus das ist ein echt schönes Displayset Freunde kein Spielset wenn das Ding mal steht ihr wollt das Teil einfach nur stehen lassen möglichst nicht mehr anpacken man muss nämlich schon schauen je nachdem wo man es angreift da geht relativ schnell mal was ab auch hier vorne das ist alles sehr fragil schick gebaut aber fragil gebaut ja also eindeutig ein schönes Displayset wer so ein Roller mag oder so eine Vespa für den absolut tolles Set macht euch auf so ein zwei Fruststellen gefasst wo man denkt doch jetzt naja aber das Endergebnis würde ich sagen das entschädigt dafür mir gefällt da echt echt gut hat auch überwiegend Spaß gemacht wobei ich muss ganz ehrlich sagen die Technik Abschnitte wo man hier die Achsen reinsteckt und die Teile über die Achsen schiebt und boah also ne ne mit den Teilen ein Technikset bauen da müsst ihr noch ein bisschen zulegen da würde ich mir glaube ich irgendwann die Kugel geben oder das Ding an die Wand werfen da braucht man stellenweise so viel Kraft um die Teile da zusammen zu drücken die Achsen und was über die Achsen drüber kommt also das ist naja nicht mehr schön aber ansonsten die ganz normalen Steine ließen sich alle gut verbauen haben alle eine gute Klemmkraft gehabt schönes schönes Set so Leute genug gequatscht wenn ihr auch Lust habt euch so einen kleinen Vespa Roller zu bauen den gibt es wie gesagt auch in Rot dann schaut einfach mal in den Link ich verlinke euch die Roller hier unten in meiner Videobeschreibung ich gucke mal wo ich sie finde AD Express Amazon ja das sind so die üblichen Stellen und dann könnt ihr den gerne selbst zusammenbauen ich glaube der kostet so um die 30 Euro je nachdem schwankt immer ein klein wenig aber ist ein sehr sehr schönes Set und den packe ich mir jetzt irgendwo hier hinten ins Regal rein vielleicht da unten zu dem anderen Motorrad schauen wir mal das wäre es gewesen Freunde ich bedanke mich fürs Zusehen wir sehen uns beim nächsten Mal hier wenn es losgeht mit einem ganz neuen Klemmbaustein Set vielleicht mal ganz was anderes wir werden sehen wir werden sehen es bleibt spannend bis zum nächsten Mal macht's gut euer mir AppleCat einigung ein 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 Untertitelung. BR 2018